Willkommen zu einem neuen Food Haul mit mir. Und Vanessa sitzt so unten. Hi. Interessiert keinen. Wir waren heute in Lidl, haben da die restlichen Sachen eingekauft und haben wieder bei Rewe bestellt. Und hat abgerollt. Wir haben zusammen, was haben wir bezahlt? Genau, um 70 Euro. Ja, irgendwie um die 70 Euro. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video mit mir. So, direkt mit etwas ungesundem Anfangen. Ich habe Kinder Pingree mitgenommen. Vier zum Stück von einem. Zum Preis. Vier Stück davon eins gratis. So. Dann haben wir, oder hat sich Vanessa einmal den Müller Milchreis, High Protein Schoko und in Vanille mitgenommen. Und einmal in Klassiko. Dann habe ich mir den gleichen, nur halt mit Schoko-Banane geholt. Mal gucken, ob das stimmt. Und dann hat sich Vanessa wieder diesen High Protein Pudding mit Schoko mitgenommen. Ich habe mir dafür die Fake Monsters geholt. Monsters. Dann einmal vom Lidl die... Die Frischkäse. Die Frischkäse. Die Frischkäse. Okay. Ja, mein deutsches Recht wieder. Heute. Und heute. Dann hat Vanessa Malzmeerkornbrot geholt. Das ist von Harry. Von Harry. Von Harry. Trommissiert. Zweimal Tuna. In meinem eigenen Saft. Und hat Panamia wieder Panacoppa mitgenommen. Und Zotzer Sahneyoghurt. Ein Alpro Naturkosmetik. Ach so. Natur- nennen mit Kokosnuss, voice secretary nicht mit Kosmetik. 100% pflanzlich und von Natur aus laktosefrei. Laktosefrei? Laktosefrei. Dr. Oetker. Halbprotein Zachoween. Der Becher sieht auf jeden Fall voll retromäßig aus. Ja, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Sieht auf jeden Fall, also die Verpackung sieht gut aus. Lecker? Zott Sahnenjoghurt. Dann war Kerrygold im Angebot. Unser Puderzucker war der. War dein Puderzucker. Mein Puderzucker war der. Oh, und dann hat mir Vanessa Aktimell Granatapfel mitgenommen. Wie lieb von Hüfter und Hüfter. Ich weiß ja nicht, ob du das magst. Was gab's denn auch alle? Mit die Vitamine und so, aber das hattest du ja alles schon. Ich weiß nicht, ob du Granatapfel auch gemacht hast. Weiß ich auch nicht, aber Aktimell mag ich eh. Der schlägen Hauptschnitte ist mitgenommen. Dann Tortillas. Drips. Second Mais. Also zweimal Mais. A3 Dosen. Fineloreibelkäse. Leichter Geschmack. Ne, leichter Genuss. Dann einmal fünf Stück. Davon eins gratis. Milchschnitte. Die sind natürlich richtig gelegen. Dann Speisequark Magerstufe. Daraus machen wir selber Kräuterquark. Und wenn wir den selber machen, schmeckt er viel besser und er hat keine Bruchdürk. Passierte Tomaten. Und dann hab ich mir von Milbona hier diesen, was ist das? Räucherkäse mit Schinkenstücken geholt. Den hatte ich jetzt immer aus dem Rewe und der war mega geil. Dann haben wir noch Eiwar. Okay. Dann hat Kanna noch von Just Spices Beer Curry mitgenommen. Das soll übrigens voll gut schmecken. Ich weiß, ich wollte das auch mal ausprobieren. Weil mein Arbeitskollege holt sich das immer. Und der sagt, das ist so geil. Vor allem können wir da ja einfach Reis zu machen, voll viel Gemüse und so da rein schnippeln und dann das auch zu machen. Sprech dazu. 200 Gramm Reis, eine Paprika, eine Zucchini, 150 Gramm Joghurt, eine Dose Kokosmilch. Fett reduziert. Ich weiß nicht, warum das schmeckt. Zubereitung durch. Also der sagt das. Die kosten übrigens auch. Ich glaub noch nicht mal 50 Cent. Das ist dein Ernst? Ja. Also der sagt, das kannst du auf jeden Fall sehr gut schmecken. Schmeckt sehr gut. Und sie hat mir Snickers mitgeholt. Aha. Wie lange habe ich jetzt darauf gewartet? Dann war Lipton auch im Angebot. Habe ich mir einmal den weniger süß Tea & Honey mitgenommen. Dann hat Vanessa mir einmal Lipton Zitrone mitgenommen. Ösich hat sie auch mitgenommen. Wo ist eine andere? Öste Maratosa. Zweimal Pizza. Einmal Salami mit drei Käsen. Was? Mit den drei Käsen. Käsen? Käsen. Anna hat sich Mozzarella mit Kirschhumat und Basilikum mitgeholt. Beide schmecken auf jeden Fall. Das heißt mitgenommen. Oder geh holt. Mitgeholt. Ist wie Anziehklamotten. Meins. Da haben wir die... Die ist irgendwie fast nass? Die Zwiebeln? Lauch? Ja, die Lauchzwiebeln sind innen drin nass. Ja, mach halt den ganzen Brot nass. Mach schon. Oh, Männer. Männer sind Sch***. Dann haben wir Byrne mitgenommen. Ja, aber warte, da kommt noch mehr. Hier. Ah! Noch mal? Fünf Stück. Ne, sechs. Einmal rote Paprika. Zweimal Orangene. Und eine gelbe. Und eine Gurke. Hoho, ist die groß. Bananas. Banana. Die Bananen sind für Vanessas Frühstücks-Muffins. Die sind immer in dem Form hier gemacht. Von WW. Was sind das? 50 Gramm? Ein Brokkoli. Sehr klein. Ach ja. Und dafür dann der Eisbergsalat. Der Strunk ist kleiner als... Größer. Größer als... Und dafür dann der Eisbergsalat. Und der Eisbergsalat ist einfach mal so... Ja guck mal, der ist zehnmal so groß im Gegensatz zum Brokkoli. Einmal Weizenmehl. Ich hab hier langsam keinen Platz mehr. Kartoffeln. Festkochend. Dann hab ich noch Leberwurst mit Schnittlauch mitgenommen. Für Brot. Dann haben wir noch 400 Gramm Rinderleitackfleisch mitgenommen. Zum Braten. Jetzt will ich das provozieren. Dann haben wir Dulano Truthahn. Ne. Doch. Leichte Geflügelsalami mit pflanzlichem Fett. Dann Hähnchenteilstücke haben wir zweimal mitgenommen. Also zwei Packungen. Für ein Rezept. Ne, für zwei. Für zwei Rezepte. Aber ich weiß nicht welchen. Dann Vanessas Cola. Und da ist meine andere Liptonflasche. Weniger süß. Peach & Nektarine. Dann hab ich für die Arbeit noch ein 6 Pack Zitroneisse geholt. Und ein 6 Pack Cola Stück. Nein. Ein 6 Pack Wasser. Groß. Steht Vanessa. Steht Vanessa. Steht für Vanessa im Auto. Ja. Und als letztes. Das lang ersehnte gefunden. Worauf wir jetzt schon so lange warten. Grüne Fanta. Und ich wollte sie mit euch direkt probieren. Wir. Wir. Krieg nach Kili. Nach Apfel richtig. Da fängt es ja schon an. Ich schmeck nach Apfel. Irgendwie sehr bitter. Ist Apfel. Was ist denn? Steht das da? Was sah Apfelsaft aus Apfelkonzentrat? Ich hab's gesagt. Apfel. Dann war's das mit dem Food Haul. Ja. Jetzt kommt aber erstmal der Wochenplan. So. Also diese Woche zu essen gibt es. Montag ist ja schon vorbei. Dauschen kann Schinks von Folie. Heute ist Dienstag. Dauschen gibt's Brokkoli Spaghetti. Morgen ist der Cheat Day. Dann am Donnerstag gibt's Salat mit Hähnchen. Ofen, Kartoffeln und Kräuterquart. Kräuterquark. Die haben wir selbst gemacht haben. Am Freitag gibt's Reispfanne. Am Samstag Backup. Couscous Salat mit Hähnchen. Und am Sonntag Blitzpizza. Ja. Und am Montag hab ich frei. Ja. 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 Oh. Ich würd' ich mal sagen. Was ist das mit dem heutigen Food Haul? Und ich hoffe, dass euch hat das Video gefallen. Das guckst du mich so an. Das ist gut. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt zwei Daumen nach oben. Nein. Doch. Zwei. Ich bin das. Ja, aber nein. Dann gebt zwei Daumen nach oben. Ja. Hinterlasst einen Kommentar. Ob ihr mehr Videos mit mir sehen wollt. Also nein. Oder nur von mir. Die Videofrage ist, habt ihr das schon mal probiert? Also diese Just Spices in Minutes Sachen. Und wenn ja, schmeckt's euch? Was schmeckt euch? Also die Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen. Empfehlungen. Äh, Empfehlungen. Genau. Okay. Dann würd' ich sagen. Wasser. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.